Wohin immer der Feind vordringt, er soll nur noch eine Wüste vorfinden. Das ist das Todesorger für das deutsche Volk. Kein Strom, kein Gas, kein sauberes Wasser, keine Kohle, kein Verkehr. Alle Bahnanlagen, Kanäle, Docks, Schleusen, Schiffe, Lokomotiven, all das zu zerstören, würde unser Land zurückschleudern ins Mittelalter. Mit diesem Befehl rauben sie dem Volk jegliche Überlebenschance. Wenn der Krieg verloren geht, ist es vollkommen wurscht, wenn auch das Volk verloren geht. Es ist nicht notwendig, auf die Grundlagen, die das deutsche Volk zu seinem primitivsten Weiterleben braucht, Rücksicht zu nehmen. Im Gegenteil, es ist besser, diese Dinge selbst zu zerstören. Denn das Volk hat sich als der Schwächere erwiesen und es ist nur ein Naturgesetz, dass es dann eben ausgerottet wird. Es ist Ihr Volk. Sie sind der Führer. Was nach diesem Kampf übrig bleibt, sind ohnehin nur die Minderwertigen, denn die Guten sind Gefall. Wir können den Gruppenführer Feglein nirgendwo finden. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren Medizinenforschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Anders kann man das nicht machen. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Feglein nicht finden. Gezuchen Sie ihn eben! Ich will Feglein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Feglein! 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 Feglein!